Jo, willkommen zurück zu Resident Evil 4! Ich hab's endlich geschafft! Ich hab das S! Nach ne dreiviertel Stunde! Oh! Endlich! Leck mich am Arsch! Ehrlich? Ehrlich? Mein bester Freund schreibt gerade, ich hab Spielverbot, weil ich ne Errungenschaft hab und er nicht. Oh, ehrlich? Das war... Hm? Ehrlich? Also... Ich will nix sagen, aber das war richtig... Ehrlich? 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 Das war fast wie auf dem Rummel! Hat mich voll an meine Kindheit erinnert! Mich erinnert's nur noch an, dass mir die Finger wehtun! Und das ganz schön fiel! Oh, mir tun die Finger weh! Mir tun die Finger weh! Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig! Eine Freude mit dir gekommen! Jederzeit wie... Äh, Koffer anpassen! Ähm... Eier... Oh! Die Geschwindigkeit beim Rennen steigt um 8%! 5% häufiger hergestellte Magnum... Viper... Stellen 40% mehr Gesundheit wieder her! Wie Viper! Ach, Viper! Ach, das sind die Dinger! Nein, nein! Cool! Warte mal! Willkommen! Ich kaufe fast alles! Kann ich sonst noch etwas... Wie du meinst... Päne. Wir haben wieder eine Beine... Markech, frei. Bitte. Wie du meinst! Warte mal. Wir müssen nicht drauf! Warte mal! Wie du meinst! Gästernist! Du bist du hast... Ich danke! ... ...sind dich! Ich denke, du bist! Du bist du hast... Jetzt soll ich auch mal speichern. Ich hab keinen Bock, der jetzt den Scheiß nochmal machen muss. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Gott, da will ich mich wieder schocken. Oh, haben sie mich gehört? Ich glaub, die haben sie nicht gehört. Oh Gott, ich lege mich im Arsch. Eins. Und jetzt. Das ist dein Muli. Das ist... Wo ist das da oben? Da ist noch ein Schatz, aber ich sehe den Schatz nicht. Wo ist da noch ein Schatz? Da komme ich nicht lang. Wer soll denn dein Schatz sein? Wo soll denn dein Schatz sein? Wo soll denn dein Schatz sein? Erklär mir das, Anna. Am Arsch ist da ein Schatz. Am Arsch! Wahrscheinlich ist das da oben drauf. Nummer zwei. Alter, die atmen halt auch. Die atmen halt auch. Das ist das andere. So, die eine ist da unten. Da oben. Vier. Ich sehe noch eine Granate hier habe ich. Das wird laut. Einer weniger. Oh, sag mir nicht. Da komme ich nicht durch. Äh, gehen wir erst mal unten lang. Hier knarzt wieder irgendwas. Hier knarzt wieder irgendwas. Hier knarzt... Ich hätte aber was knarzen. Da oben. Noch ein Kristalldinger. Äh, da ist so, da ist so. Da ist so. Ah, der ist wie am Schnauben. Ist die am Schnauben. Ja, ich weiß, was da kommt. Ashley! Noch wer? Leon! Aufhören! Leon! Junge, du kannst dich nicht einfach schneller bewegen. Oh, wird die immer geschnappt. Wer springt aus dem Fenster? Wer springt aus dem Fenster? Vorsichtig. Verletzt? Ähm, nein. Alles gut. Verdammt. War ja klar. Ja. 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 Ich mach mal da oben die Dinger abfahren. Oh, oh. Meine Katze ist gerade wieder am Motzen. Einfach in der Kiste oder so vor die Tür stellen. Sich verarschen, du solltest das Ding da oben festhalten. Die Frau macht mich echt fertig. Ein Moment. Außer dass ich eine volle Kanne getroffen habe. Wie komme ich? Das war's. 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 Was ist das? Wie komme ich da oben hin? Wie komme ich da oben hin? Wie komme ich da oben hin? Wie komme ich da 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 hin? Ich will da doch was grunzen Ich will da doch was grunzen Alter, als ob ich dumm bin und das nicht höre, dass da gleich ein Viech um die Ecke kommt. Alter, geh mir doch nicht auf den Pistoll, altes Drecks, hexiges Mistvieh. Untertitelung des ZDF, 2020 Mistvieh, Alter, ist graust. Ich fühle mich sehr verletzt. Ich fühle mich sehr verletzt. Entferne dich. Verstanden, ist gut. Hey. Okay. Also dann, beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Gleich nochmal. Diesmal klappt's. Die Herkonyx. 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 Ich habe keinen Strom, I have no Strom. Händchen für sowas, ja ne, ist gleich ein Bärchen. Ich werde noch ein paar Mal sehen, Kommen. Kommen wir. das hier doch hier ist irgendwo oder kunstvolle kette weiter ich frage jetzt nicht was mein freund macht hier ist sonst nix oder hier liegt auch sonst nix oh warte mal da sind noch ein paar solche kästen an der wand da sind noch so kästen an der wand ich kann immer an dieser kästen an der wand vorbei und ich denke da ist nix wie zum beispiel mal gucken hier hier ist nix hier ist auch nix da ist auch nix gut dann ist hier nix mehr dann ist da nix dann laufen wir weiter ciao Ciao. Ich weiß nicht. Scheiße, ich hab sie erschossen. Ich hab sie erschossen. Ashley, scheiße. Mein Gott, ey! Oh, meine Fritze, ey! Oh, Mann! Oh, meine Fritze, ey! Oh, meine Fritze, ey! Nimm die Finger weg! Rief an! Du bist im Weg! Ah, fertig jetzt mal! Oh, gut, ja, ich hab's! Oh, was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass wir da nicht lang kommen. Das verstehe ich immer noch nicht. Alle Ratten beseitigen! Was, Abfall? Ja. Müssen wir noch mal die Ratten beseitigen? Da ist ne Ratte! Eins! Ist hier auch noch ne Ratte? Nein, ich geh mal davon aus, dass hier keine Ratte ist, sondern nur da hinten. Oh, das heißt, ich muss das Viech da auftöten, was da rumläuft. Ja, die Klamatten haben aber auch schon ganz schön gelitten. Wo ist die Ratte? Da ist er. Ey, er war auf dem Kreis zu ranken. Zwei. Alter, das gibt's nicht. Geht doch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich brauche noch ne verkackte Ratte. Zwei Ratten baue ich noch. Mir fehlen noch zwei Ratten. Jetzt können wir uns die Spezialität holen. Oh mein Gott, ich hab 26 Schuss. Ich hab 26 Schuss. Das ist überhaupt nicht viel. Das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.